Jetzt nehmen wir mal ein bisschen an Schnee mit. Schauen, was die Büchse da leidet. Jetzt kommen wir in die Schubgasse rein, sauber. Grießiger Schnee, also keine ideale Bedingungen zum Schieben. Aber schau, kann man Lehm hängen und das ist ja unwahrscheinlich. Man sollte eine Kamera aufs Dach montieren, dass man über den Haufen drüber sieht. Jetzt haben wir in dem grießigen Schnee ein paar Hügel eingebaut in die Gasse. Wir fahren aber recht flott zurück, dann kann man die Laufruhe und wie das gemütlich da hingehen. Bis zum nächsten Mal.